Guten Morgen Guten Morgen Schönen guten Morgen aus Museum der Zukunft, Ars Electronica Center in Linz. Mein Name ist Scharka Klaff-Böck und ich darf euch, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei unserem heutigen Home Delivery Tutorial-Programm. Mehr als zwei Drittel aller Informationen unserer Umwelt nehmen wir primär mit den Augen wahr und Farben spielen dabei eine entscheidende Rolle. Die Farben vermitteln uns wichtige Informationen über die Natur, Lebewesen, über Gegenstände, sowie über das ganze Geschehen in unserem großen Lebensraum. Unser heutiges Thema hat auch mit Farben zu tun. Es lautet der Regenbogen aus dem Küchenlabor. Und wir könnten es eigentlich richtig tiefgehend und umfangreich gestalten, denn bei so einem Regenbogen gibt es sehr viele komplexe naturwissenschaftliche Erscheinungen, Phänomene und Aspekte. Wie zum Beispiel das Wasser, das Licht und auch unsere Fähigkeit, die Farben zu säen. Wisst ihr vielleicht, welche Farbe hat ein Getränk aus wilden Malven? Da habe ich etwas vorbereitet. Getrocknete Blüten von wilden Malven habe ich ins Wasser gegeben, wobei die wilden Malven ganz schöne rosa oder magenta Farbe normalerweise haben. Aber wenn wir eine Lösung gemacht haben im Wasser, können wir hier genau sehen, dass die Farbe nicht unbedingt rosa ist, sondern richtig richtig blau. Wenn wir ein bisschen noch das Ganze zusammenmischen, sehen wir die Farbe vielleicht noch deutlicher. Also wenn ihr zu Hause nachmacht, ist es gut, durchsichtige Behälter zu verwenden. Später kann man diese Lesung auch für unser heutiges Experimentieren verwenden. Oder sie können das auch zu Hause nachmachen. Jedenfalls werden wir demnächst ein wenig forschen. Und zwar ganz bunt. Nämlich mit den Regenbogenfarben. Wobei eine ganz normale Küche als Forschungslabor betrachtet und genutzt werden kann. Nun stellen wir gemeinsam fest, ob wir da auch alles haben, was wir dazu benötigen. Es steht die Info darüber übrigens auch auf der Webseite der Ars Electronica, sowie im Text unter diesem Video in YouTube. Also benötigte Material, was man zu Hause auch eventuell nehmen kann. Schutzbrille, ein paar Schutzhandschuhe, Arbeitskleidung, eigentlich eine Kleidung, die auch schmutzig werden kann. Einmal Törlöffel, Pipetten und farblose Laborröhrchen. Wir haben drinnen schon die Flüssigkeit vorbereitet. Wenn Sie zu Hause keine Schutzbrille haben und keine Schutzhandschuhe, bitte vorsichtig hantieren. Wenn man keine Pipetten hat, kann man eigentlich anstatt Pipette einen kleinen Törlöffel verwenden. Das war das Material. Jetzt haben wir noch Reagenzien, das heißt Säuren oder Basen, die wir dann brauchen werden. Das sind diese, also Zitronensäure, Natron oder Backpulver oder Waschsoda kann man nehmen, Geschirrspüler und eventuell kann man auch gut Leitungswasser brauchen. Leitungswasser ist gut, weil es hat den pH-Wert 7. Das heißt, es ist nicht einmal sauer, nicht einmal Base. Es ist genau in der Mitte, neutral. Und mit Wasser kann man eine Säure oder eine Base schwächer machen oder man sagt dazu auch neutralisieren. Und das letzte, was wir noch haben, sind die Indikatoren. Das sind unsere Säfte. Da haben wir vier Röhrchen mit rote Rübensaft, vier Röhrchen mit Kurkuma Extrakt und vier Röhrchen mit Blaukrautsaft. Ganz am Anfang haben Sie ein ganz kurzes Video gesehen, wo man diese Säfte zu Hause vorbereiten kann. Alles ist da, also wir können anfangen. Vor kurzem habe ich einen Spruch gesehen, wo gesagt wurde, Chemie ist wie Kochen, nur sollte man nicht den Löffel lutschen. Also wie gesagt, experimentieren wir heute mit rote Rübensaft, Kurkuma Extrakt und Blaukrautwasser. Jetzt dürfen wir noch zwei der Lösungen auch kosten eventuell, weil das ist nur Saft und Wasser. Aber beim Kurkuma Extrakt haben wir auch ein bisschen Alkohol, weil da war Kurkuma Pulver zuerst im Alkohol gelöst und dann mit Wasser verdünnt. Also das ist schon mit Alkohol, das würden wir nicht unbedingt als Kinder zum Beispiel kosten wollen. Und nur aus diesen drei farbigen Flüssigkeiten versuchen wir jetzt die Regenbogenfarben herzustellen. Welche sind es eigentlich? Man kann zuerst eine Vorbereitung machen und ein bisschen mit den Filzstiften spielen. Und da kann man schauen, welche dieser Farben im Regenbogen sind und welche eventuell nicht. Weil beim Forschen tut man immer vor allem beobachten und analysieren und zum Beispiel positive und negative Ergebnisse wahrnehmen. Also von den Regenbogenfarben, dunkelbraun ist das dabei? Ich denke nicht. Hellbraun? Auch nicht. Grau? Hat man das schon im Regenbogen je gesehen? Auch nicht. Und diese rosa Farbe würden wir auch ausschliessen. Und dann sieht das schon langsam nach dem Regenbogen aus, oder? Das ist weinrot, rot oder rot-orange. Das können wir als eine Farbe betrachten. Das ist etwas inzwischen. Dann gelb, grün, blau, indigo und violett. Also ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Farben. Genauso sieben Tage haben wir in der Woche und sieben Tonnen in der musikalischen Leitung. Also, was machen wir jetzt? Zu jedem dieser Indikatoren geben wir unterschiedliche Reagenzien, Basen oder Säuren. Wir beginnen mit dem Zitronensaft. Da haben wir für drei verschiedene, eventuell drei Pipetten. Wobei Natron haben wir als Pulver. Dazu nehmen wir lieber einen Teelöffel. Jetzt öffnen wir alle Röhrchen mit dem roten Rübensaft. Die sind verschlossen deshalb, damit man beim Hantieren nicht das unabsichtlich stark berührt, dass das nicht irgendwo rausruscht. Also, wir nehmen jetzt die Pipette. Das können wir uns in den nächsten in eine Halterung stellen. Und geben wir ein bisschen Zitronensaft dazu. Oder vielleicht einfach ein bisschen mehr. Die Pipetten betätigt man so, dass man sie zuerst zusammendrückt. Da ist die Luft rausgekommen. Dann geht das in die Flüssigkeit. Dann tut man das lassen. Und durch den Unterdruck kommt die Flüssigkeit rein. Und dann geben wir das in unsere Röhrchen. Genau. Und Röhrchen kommen wieder zurück in den Ständen. Wird geschlossen, damit ja nichts passiert. Wir können gleich, wenn wir Zitronensaft schon offen haben, auch mit der anderen Reihe anfangen. Also, jetzt kommt Zitronensäure in den Kurkumaextrakt, den oder das und in den Blautkrautsaft. Und da können wir schon unser erstes Ergebnis beobachten eigentlich. Zitronensäure als Reagenz erledigt. Schließen wir ab. Und wenn wir jetzt vergleichen, rote Rübensaft und Kurkumaextrakt mit gleicher Flüssigkeit, sind die Farben schon unterschiedlich. Da kann man sagen, da hätten wir schon die ersten zwei Farben des Regenbogens vielleicht. Okay, dann geben wir das dazu, damit wir wissen, wo was ist. Und fangen wir mit Natron an. Also Reagenzien kommen in die Flüssigkeit und verursachen eine Reaktion. Dann öffnen wir hier auch immer die zweite. Und da brauchen wir aber keine Pipette. Dann nehmen wir einen kleinen Löffel dazu. Und ganz vorsichtig schütten wir ein bisschen davon hinein. Also ich habe jetzt keine Handschuhe. Bei Natron kann man eigentlich auch mit einer Flüssigkeit zu sich nehmen oder zum Backen verwenden. Also ist nichts Gefährliches. Aber trotzdem, in einem richtigen Labor tut man von Anfang an bis zum Ende immer mit Handschuhen arbeiten. Wenn wir Natron drinnen haben, es ist doch ein Pulver, da können wir ein bisschen damit hin und her ganz sanft und langsam bewegen. Damit sich unser Pulver homogen verteilen kann, möglichst homogen, weil in der Spitze ist etwas doch geblieben. Und da wissen wir jetzt, wir haben hier Zitronensäure und hier haben wir Natron. Natron kommt jetzt auch in die andere Röhrchen. Hier stelle ich mir immer das Röhrchen zum Hantieren auf die Seite. So. Weil manchmal muss man das ablegen, wenn man beide Hände braucht. Und das ist sicher, wenn das irgendwo stehen kann. So. Jetzt können wir die nächsten zwei schließen. Und da sind wir. Nehmen wir die dritte Lösung. Und das ist von Geschirrspülern. Das ist Geschirrspül, aber ungefähr ein Viertel davon im Wasser gelöst. Und da haben wir so etwas Lustiges darauf. So einen Totenkopf. Hier nämlich auch. Was heißt das, wenn das im Labor vorkommt? Das heißt, es gibt giftige Mittel, die man auf keinen Fall zu sich nehmen kann. Aber für Experimentieren können wir das nehmen. Wenn jemand allergisch ist auf Waschmittel, wäre gut, dass man gleich auch Handschuhe nimmt. Ich bin es zwar nicht, aber probieren wir, ob das auch mit Handschuhen geht. Dann nehmen wir ein bisschen davon mit der anderen Pipette. Ein bisschen durchmischen. Und das ist das dritte Röhrchen. Geben wir das einfach hinein. Genau. In jedes dritte Röhrchen kommt Waschmittel dazu. So. Die verwendeten Pipetten, vor allem die vom Geschirrspül, geben wir auf die Seite. Man gibt auch in einem Labor, manchmal auch in der Küche, alles wieder zurück, wo das war. Dass man das eventuell nächstes Mal wieder finden kann. Ganz praktisch sind auch die Beschriftungen manchmal ganz wichtig, dass man genau sieht, wo was ist. Weil alles kann man nicht merken. Und da hat man Übersicht. Da haben wir das dritte Röhrchen. Jetzt gefüllt. Und was macht man mit den vierten Röhrchen? Wir können das entweder so behalten, dass wir das dann nachher vergleichen können. Oder wenn ihr möchtet, können Sie ein bisschen Wasser dazu geben. Oder das einfach so lassen, wie das ist. Man kann die Pipette verwenden. Oder wenn man so einen kleinen Behälter hat, kann man das auch so machen. Und wir sind eigentlich fertig. Jetzt wollen wir uns eigentlich alle die Röhrchen anschauen und vielleicht zuordnen zu unseren Regenbogenfarben. Dann schauen wir, ob wir Farben finden. So ein bisschen Papier zum Putzen ist immer auch gut. Im Labor war, da kann etwas immer vorkommen, dass etwas tropft und den Tisch verschmutzt. Übrigens roten Rübensaft kann man gut mit heißem Wasser waschen. Und jetzt, wo gehört das hin ungefähr? Vielleicht hier. Wo könnten wir das zuordnen? Vielleicht hier. Was haben wir da? Das sieht grün aus. Dann nehmen wir das. Ja, von Gelb haben wir viele. Einige haben fast gar nicht reagiert. Aber wenn wir ein bisschen damit bewegen, dann sehen wir schon was. Da haben wir Richtung Rosa noch. Da haben wir Richtung mehr Orange und da Richtung mehr Gelb oder Grün-Gelb. Dann geben wir jetzt unsere Farben zusammen und schauen wir, was wir da noch finden. Wenn wir ein bisschen mischen. Da haben wir ein schönes Dunkelblau und ganz dunkelviolett. Und die letzte Farbe, die wir hier haben, die könnten wir vielleicht hier zuordnen. Also bis auf richtig blau haben wir das sehr gut geschafft. Aber wenn wir diese Lösung mit Wasser verdünnen oder ein bisschen davon ins Wasser geben. Jetzt wird das langsam richtig violett. Aber am Anfang haben wir gesehen, es war schön blau. So haben wir eine leicht blaue Färbung zu dem hellblau. Die Rärchen muss man auch richtig schliessen, damit ja nicht etwas rauskommt. Und wir sehen, die meisten Farben, die wir erreicht haben, sind Richtung Rot, Richtung Gelb, etwas Grün oder Grün-Gelb. Und dann Richtung Blau und Violett. Also geschafft! Warum haben wir gerade diese Säfte verwendet? Vor allem der Rotkohl-Saft, der ist in Chemie ganz bekannt und berühmt, weil er zeigt uns nur Rotkohl eigentlich fast alle Farben des Regenbogens oder fast alle Farben der pH-Wert-Skala. Denn er reagiert ganz stark auf die Zusatzflüssigkeiten. Man kann das mit den Gläsern zu Hause eventuell auch so machen. Den Rotkohl kennen wir also so ähnlich wie ein pH-Papier als einfache Säure-Base-Indikator verwenden. Wenn wir nämlich Rotkohl kochen oder pressen, wird sein Saft eine vom pH-Wert abhängige Färbung aufweisen. Verwenden wir Rotkohl-Saft als Universalindikator, verfärbt er sich von Hellrot, das ist stark sauer, über Weinrot und Violett, schwach sauer, hin bis zu blau, das ist neutral und bis grün, alkalisch, also basisch und gelb-grün, das ist dann stark alkalisch oder stark basisch. Was können wir eigentlich über die pH-Skala sagen? Das ist das, was wir jetzt bei dem Rotkohl gesehen haben. Es ist gut zu wissen, dass es die pH-Wert-Skala, dass es dabei 14 Stufen gibt. Wobei die Stufen 1 bis 6 stark sauer heißen, die Stufen 7 ist neutral, das ist zum Beispiel stilles Wasser ohne Kohlensäure, weil Kohlensäure, da hört man schon Säure dabei. Und die Stufen 8 bis 14 sind basisch. Zum Beispiel unsere Magensäure hat pH 2, das heißt sehr, sehr, sehr sauer, damit sie unsere Nahrung verarbeiten kann. Und da sind wir schon beim Abschluss unseres heutigen Experimentieren. Und ich habe noch ein Abschlussrätsel für euch. Und zwar, was passiert, wenn man vor lauter Lachen weint? Da gibt es eine Antwort im Internet, was ich gestern gefunden habe. Also, wenn man vor lauter Lachen weint, entsteht übrigens ein Regenbogen im Kopf. Liebe Zuschauer, danke für Ihre Teilnahme und die Aufmerksamkeit. Viel Spaß und gutes Gelingen beim Experimentieren. Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen bei unserer nächsten Home-Delivery-Sendung oder eventuell noch auch auf eine persönliche Begegnung bei einer Führung im Ars-Elektronika-Zentrum in Linz. Ich wünsche dir einen Regenbogen, der Hoffnung gibt und Brücken schlägt und der dich mit seinen Farben durch jeden grauen Alltag trägt. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020